Herzlich Willkommen zur heutigen AZTV-Ausgabe. Im Kampf gegen die Masern setzt man im Landkreis Uelzen auf Aufklärung. Nach mehr als 500 Krankheitsfällen in Berlin und dem Tod eines an Masern erkrankten Kleinkindes ist bundesweit die Debatte um eine Impfpflicht neu entbrannt. Doch dazu sieht das Gesundheitsamt Uelzen-Lüchow-Dannenberg aktuell keine Notwendigkeit. Warum, das lesen Sie morgen in Ihrer AZ. Der Aushub und bereits die gesetzten Fundamentsteine als Rahmen für die Bohnenplatte lassen erahnen, welche Dimension das Projekt hat. In Oldenstadt, nahe des Ortskerns, entsteht derzeit ein Pflegeheim mit 86 Einzelbetten. Anfangs des kommenden Jahres soll es seinen Betrieb aufnehmen. Auf 11.000 Quadratmetern an der Straße im Winkel soll Ort geschaffen werden, an dem Menschen nicht nur altersgerecht leben, sondern später auch bei schwerer Krankheit und im hohen Alter gepflegt werden können. Es ist erschreckend, wie kommunikationslos Paare leben. Das sagt Claudia von Bülow. Die Leiterin der Uelzener Beratungsstelle Pro Familia gibt in ihren Partnerschaftsgesprächen Tipps, dass sich die Paare einen festen Zeit für ein Gespräch miteinander einrichten. Einmal pro Woche eine halbe Stunde, erklärt sie. Das sei für manche Beziehungen viel, in denen der emotionale Dialog im Alltag vernachlässigt werde. Was für Tipps von Bülow noch hat, das lesen Sie morgen. Wir werfen noch einen Blick auf das Wetter. Morgen wiederholt sich das Wetterspiel von heute. Morgens bekommen wir etwas Sonne ab, dann zieht es zu und am Mittag könnte es zeitweise leicht regnen. Und auch die Temperaturen halten sich im Kreis Uelzen in bekannten Bereichen auf, zwischen 6 Grad am Tag und minus 1 Grad in der Nacht. Das war's mit RZTV für heute. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder. Machen Sie's gut! Machen Sie's gut!